ja die Unierleute nahe und herzbekommen mit seiner weiteren aufnahme pvz zusammen mit dem markt kürz es soll sein ich bin wieder nach dem letzten prinzip wenn man stirbt wechseln wir die klasse und ich packe ach so ich packe hier auf nüssen die ich dann noch nicht gesehen ich bin die Sonnenblume genau ich bin jetzt an dem Blumen ist eine Sterne wechseln wir auf die nächste Sonnenblume das ganze natürlich streng nach reinfolge wie gewohnt und hier ist auch schon mein erstes opfer wir bekommen unterstützung von hinten das ja und wer ich habe ihn weggeholt aber die unterstützung von hinten hat mich weggeholt von dem blumen gegen in ski und fußsoldat ist mies so feuerblume da habe ich schon eher chance das jetzt am purer krieg das ist geschehen der ersten Kinder wie auch die Köln keine Vorlage übertreibt feindlich wenn ich was da ist doch der Teleporter ich habe mich hat und wichtig uhr ja bei der wöchsten überhaupt ich glaube ja und das hat links der typ erst seit ich habe jetzt vergessen zu wechseln egal wir werden wir den Sonnenblumen oft genug verwecken weil die so wenig live haben das ist die Metallblume ja ok, mit der fragt man nicht so oft vor allem wenn wir die beide haben und uns gegenseitig healen, alter also Vollerblume und da habe ich schon wieder fast tot 2% warte, ich bin tot ich versuche dich zu holen Feuer, schreckt hinab Achtung, Entschieb Achtung, wow, Ultra-Tackling Fick dich, ich bin grad grad wechseln What? Was war das jetzt Wicht-Kick, wo kann jetzt dieser Wicht-Kick noch her? Der macht Ultra-Tackling durch, da macht dann Wicht-Kick und dann haut er noch einen mit der Football-Kanone weg Help you viel viel Munition, kann ich sagen, rein spammen darf dann von links kommen sie naja, dann sind wir gleich da dann auch ich mich da unten kannst du mich holen? da oben da oben da oben da oben da sind welche ja ey wow die wird ihren Tek und da noch Rakete hinterher wenn ich mich nicht bewegen kann naja aber das MG hat mich noch geholt bevor die Rakete kam also ich merke schon die runde dominieren sie uns wieder schön die zombies schattenblumen wenn es auch könnte wenn ihr fragt warum das so klingt komisch klingt ja aber das sollten sie inzwischen wissen es war jetzt schon in drei folgen so ja warfragen ja warfragen und so jawohl da in der zeit auch schon stimmt das habe ich gesprochen ja wo bist du kommt zu mir ich bin hier und mir so zu mir eine heilungsluge ich auch weil ich rausgebe ich tot ja wie gesagt wenn wir nicht treffen das ist auch geil ich schieße dagegen und sich vor der wand irgendwie ich werde von den lang gegriffen aber ich habe überlebt kommen hier her zu garten ich muss gerade hier die zukunftskarteer am leben halten hält mich am leben ja okay ausnahmsweise ja nein ich bin aber hilf mir schnell danke hinter dir so bisher geschafft mit dem heil die sterben die doppel schatten ist auch mieser hinter uns ist ein allstar kommt er ist dann wir holen uns den allstar der uns die ganze zeit geräbt hat als dann die rakete weiß aber glücklich daneben geschossen okay der tp ist dauernd aber jetzt kann ich mich hier gebrauchen und die capture in den garten marcus aus der hopp die capture net aber ich brauche trotzdem hier dann schau das gegner aus dann sag es mir oh da kommt einer weg ich bin noch gar nicht in einem schlussfeld was denn sonst da du hast du dich die noch in einer anderen ecke wenn der in die jetzt da rangeht an das ding und das aufbauen will ich aufs maul ja das war der allstar beleben beleben jetzt bin ich tot neun scheiß wichtig scheiß winter tackling die liebte ja immer noch oder ich bewegen ich kann mich nicht bewegen oder ok da wechseln wir mal wieder mystic blume ah nee das ist die mit dem aufladbaren schuss auch auch oh yes allstar gleich weil hier 100 der mensch gegeben er wird sich freude ja ich habe die kids ach drückt da ist doch der fußzeltat der garten er ist verloren rückzug kommt zu mir wir müssen gemeinsam mit rückzug antreten rückzug rückzug das hier wird schon tp und weggebracht alter die macht schon übel in achtung von dem rückgolster ich werde da komplett wichtig 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 jetzt alter die sind schon geil und komm schon jetzt auf dem tp tp blatt wache musste er ist dort da mache ich jetzt kein solarstrahl kommt hoch ja hier hoch hat und wird uns wieder der öster rückgolster 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 zumbies ja ebenso kann muss gar nicht wieder sein da oben ist einer ich weiß wo hinter dir ist einer der muss kalte werden der hier ist dann aber ich habe noch die alten streiten da und alter sind hier unten schon viele alter die rave ist schon die garten ist so richtig für die bitch oh wie der denn ich verstehe ach von überall werde ich geschossen hau liebt ist das kämpfe hier die nächste solle blube die wird rumhielt wo wo ich hätte angefressen ich hätte angefressen oh fuck ich habe Achtung ich habe ihn weg geholt ich habe mich abgeblockt kann ich wahr sein es ach fuck Sturter Nein, ich lebe doch halb ich ich sehe dich nicht ich höre sich als der fährliche so weit hätte das ganz offenbar war sie doch auf der anderen Seite von Gart dass wir auf dieser erhöhten fläche aus aus händen war jetzt bin ich tot ja ich bin erster ich muss drei küsse mit dem solarstrahl töten sonnenfahre nicht okay dann gehe ich mal spieler mit dem solarstrahl jagen würde man kill hier aber ich habe auch heute hätte er sei auch so geil zum zweiten geeignet für dich der pfarrer hoch zu dir dich an kannst ja da hinten sind extrem viele auf dieser erhöhten Dienste aber ich brenne mann mann wenn er heilblumen äh 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 dieser schreist Pameontologe dahinten 10 10 7 11 12 13 14 14 25 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 15 15 Ich hab mal die Einnahme unterbrochen. Boah, Alter. Okay, was müssen wir jetzt machen? Dich erstmal hochheilen. Da hinten sind sich doch schon wieder alle am Acamp. Das ist doch unglaublich. Ja, ich hab wieder einen abgesnackt. Ja, Alsterdauer ist schon wieder und sagt Lieblings-Alster. Ich halte mal wieder alle im Garten hoch. Hier fünfmalig Vorlagen, ey. Ich hab jetzt auch den Blumenvorlagen machen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja. Guck mal. Ja, Jekyll. Hatte gerade eiskalt hier gegen die Wand geballert. Mit seinem aufgeladenen Zukunft taktänischen Schuss. Keine Ahnung. Ja, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Aber ich hab Schaden bekommen. Markus. Ich bin nicht mehr voll. Aber der wird ganz viele Miede die Garten bereit. Jetzt hat's sein wird doch gefährlich. Aber ich muss im Garten bleiben, weil sonst Capture die. Ja, hochleben. Jetzt komm mal hoch, ja. Ja. Ja, komm du mal runter hier. Ne, Alter. Das sind's gefährlich. Ja, aber das soll der Sinn von HimoZ weißt du, dass er den Garten defendet, auch wenn's einem das Leben kostet. Ja, das ist mir schon klar, aber da muss ich ja nicht Hardcore verteidigen. Ja, wir sind bei 40 Sekunden, die machen gleich Mega Rush, Alter. Da kannst du dich drauf verkriegen. Ich bin übrigens jetzt tot im Garten, das wäre cool, in der Wiederbelebung vielleicht so. Ich bin wahrscheinlich auch gleich tot. Jo, ich komme. Kriegst du denn? Ja, genau da. Hörst dich von mir so ein paar, du hinschern. Hier ist gegenseitig hier. Ah, what? Und exklusive Haftkugel. Heilblumen. Yes. So wird defendet. Oh yes. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hängen dann einfach mal noch eine weitere Runde hinten dran, wo wir dann weitermachen, weil Mystic ist ja noch nicht zu Ende gewesen und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder im Anschluss. Bis dahin, selber so ein Ciao. 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 Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer Sonnenblumenrunde. Hier rum. Fangen wieder mal. Bis dann ein paar Uhr an, ne? Ja, drei Leute mit dem Solarstrahl töten und 20 verschiedene Leute heilen. Ich heile dich. Ich muss zehn Teleporter zerstören. Ich muss zehn Teleporter zerstören. Ja, Sonneblume. Herr van. Und 15 Zombies mit zusammen. Das ist unentscheidlich. Und zehn Zombies in der Hütten. Oh, ich hab schon den ersten Kill. Ich hab Bernhard Christoph weggeholt. Ich hab weggeholt. Ich hab weggeholt. Ach so, ich dachte, du bist tot. Ach so, von links kommt Besuch. Na, da ist der TP. Okay. Ah, Rockets. Mama Mia. Boah. Hier ist der Wissenschaftler direkt vor mir. Achtung. Warte, Achtung. Machen wir wieder den Garten dicht hier. Achtung. Oh. 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 So haben wir Rocket abbekommen. So. So. So wieder der Rocket. What the fuck. Ich seh die Wort. Wer. Ah da, ein Wissenschaftler. Oh. klingelt. Er ist dort. Wo bist du? Wir sind zwei der anderen. Jetzt brauche ich aber mal eine dier. Ich bin so gut wie tot. Ich werde schon. Hier sind beide so gut wie tot. Ja. Wo. Ich verstehe alles. Warte, warte, warte. Scias. Danncer. Und dazu doch das Klo. ja okay das klo wurde aufgebrochen zeit-explosive haftkugel ich lege direkt vor dir ich bin dir quasi vor die füße gefallen oh mein gott das wetter dich sonst soll ich sie kurz ich wusste erst die feuerdex wiederholen alter alter ist einfach nur tot und jetzt bin wieder tot wieder eine explosive haftkugel ich sehe nichts mehr mit der witte vom garten ja kauf wird er hat die gewollte herrschen okay jetzt wird es lustig doppelt er die blube da können wir nichts als wer wird das sind meinstig glaube ich ja ja rät es jetzt ja Warte, aber kommt ein Inchi Klote weil mich mal vorne wer war ich muss gerade noch den ich hier konnte habe ich da ach du scheiße die seite alle wenn ich hinkomme weil ich kann einfach 4 ja 3 2 1 jetzt aber ich brauch verletzte was so gelassen zu ziehen okay die garten aber der oberer oben reihe da und gleich mal wortel Achtung also Arte dort ich auch gleich zwei P noch der auch unbedingt halten hier die Pflanze aber ein Mann hat dort aber auch den Tod das ist es ja nicht auch nicht liegt da sind wir durch sonnenblume ja so leute heilen ich muss noch kids mit dem solarstrahl machen vielleicht soll ich das jetzt mal machen weil hier ist da eine gute Stelle dafür ich gebe dir was ich war nicht die leiter die auch hier geben du bekommst ihr wisst ihr weg die sind schon hinter uns legt einfach so hart aufzulegen aufzulegen ich bin tot wenn du so deine base schild feuerblube er kann sich so gut passt vollbluten keine chance zu werden mit der feuerblube reingehört gegen vier leute im nicht wie der einzige der fach eingegangen ist die kohle wasser ich will immer zurück wenn hinter dir in eine rückendeckung Achtung! Achtung! Wer fiel? Ah fuck der Elektriker! Wer hat mich? Viel Ich hab dich Alter wie das lag! Ich hab mich nicht ändern Oh da ist er noch Wow Typ sind wir wieder perfekt in die Wiener Hinter uns Hinter uns Und ich bin auch heute wieder gegangen Fuck Wow Da oben Wow Ich hab's gar nicht gewerkt! Doch nicht! Ich hab's gar nicht gewerkt! Doch nicht! Ich hab' 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 Das geschaffen Am Laut braunband glatt nicht gefressen somit halb blume aua aua der scheiß paräontologe wäre viel an oh ich bin tot what the fuck dieser scheiß paräontologe der ist hier warte die welt soll im blumen dreier egal ich muss erst die wissenschaftliche räume die blume nicht kaputt so lange ich sie verteidige aua ich klinge kein schade ich auch uh oh rockets ich bin wieder so gut wie tot ich auch ich bin down links achte ich bin weg ich bin weg ich bin weg du bist von der Haftkugel geholt ja so Sonnenfache jetzt auf einmal verrecken wir hier am Band weil einfach das unser team so scheiße ist ja wissenschaftler ne wo der Wind war nur vorlagen ich wir müssen sofort los hier wenn wir nicht so schnell ne da ja da die drobe ich bin rot ja und ja 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 ich bin doch ich auch tatüberraschungen so jetzt noch eine Verteidigung hier gute Alienblume toll Alienblume da hätte doch beschiss da ganz jetzt ich glaube der verteidigung stimmt ich brauchst du bist du das strahl also einfach hier oben und so lasch ja halt ich kann zu dir 2er bursting 3er bursting alter den ersten habe ich der ist schon da fast auch immer die andere der laser der ist schon tot den habe ich geholt da läuft rechts einer zwei aber ich kriege ich nicht mehr den nach rechts ich gehe drauf das wissenschaftler das geht durch also ich konnte ihm kein schaden mache der wissenschaftler ist da gegangen dafür ging der andere durch weil ich dreimal hitmarker bekommen aber kein schaden gemacht habe links kommt leider links kommen zwei auch aus dabei er hat mich hart weggetackelt alles habe ich weg geholt den wissenschaftler der ist auch dort der hier ist auch dort alter was überlebt er ist auch dort 2 api der pisse die kohle hoch er hat verordnet das weniger die vorsteher alle ziemlich flott habe ich so das gefühl das ist ja langsam eine Minute Zeit ja und wer will es durch ableicht geworfen beurte liebe für alle wurde abgeschlossen ich habe genug liebe für euch alle weiter es wird er ist unglaublich wir schaffen sie ja auch telefonflug geiler da ist der wissenschaftler da ist der letzte wissenschaftler und erwacht nicht die jetzt soll man durch gewesen wo hüpfe ich denn wo bin ich ah da hinten hier findet der brücke andauern ja 11.350 ist ganz okay für das dass wir sonderblumen gespielt haben und die ganze zeit uns umstellen mussten weil die sonderblumen spielt sich ja wirklich jeder total anders und damit leute würde ich sagen was es darauf wird im sonderblumen special wir sehen es das nächsteFlug diesen Servus und tschau. Tschau.